Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video der Social Media Schwaben GmbH. Mein Name ist Robert Kirst und zu meiner Rechten habe ich Arnes Kafka, den Agenturleiter der Social Media Schwaben. Hallo zusammen und heute sprechen wir über das Thema 5 Geheimnisse, wie sie mehr Aufträge im B2B-Bereich gewinnen können. Wir sind ja in einer aktuell sehr angespannten wirtschaftlichen Lage. Die meisten Betriebe sind ja noch ausgelastet aus den ganzen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen der letzten Monate. Dann stellt sich aber die große Frage, wie sieht es denn nächstes Jahr aus, wie sieht es in zwei Jahren aus? Weil wir wissen, dass je nach Verkaufszyklus, Sales Cycle es sehr viele Monate, sogar bis zu einem Jahr dauern kann, bis man einen neuen Auftrag platziert hat. Und da stellt sich immer so die große Frage, was kann man denn konkret machen, dass man systematisch Aufträge gewinnen kann? Unabhängig so ein bisschen von der Branche, unabhängig auch von dem, was man konkret halt verkauft. Und wir haben jetzt mal unsere fünf Tipps oder fünf Geheimnisse zusammengetragen, die wir jetzt aus über 120 Unternehmen denn herausgefunden haben, was denn funktioniert, was nicht funktioniert. Und da fangen wir gleich auch mit dem ersten vielleicht Geheimnis halt an, weil das ist eins der wichtigsten Punkte überhaupt, weil viele Unternehmen verstehen halt nicht, dass es nicht nur darum geht, hier auf dem Markt zu existieren, sondern man muss ganz klar herausarbeiten, für was man steht, wen man als Kunde gewinnen will und wen nicht. Und deswegen ist das erste Geheimnis das Thema Positionierung. Das heißt, dass sie genau eben erklären, für was sie stehen als Unternehmen. Es ist besonders wichtig, dass die Leute verstehen, welches Problem sie mit ihrem Werkzeug, mit ihrer Maschine nachher lösen und für was sie als Unternehmen stehen, damit sie dann eben gezielt diese Interessenten, die sie auch haben, abholen können. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass die Technik an sich immer komplexer geworden ist. Also vor 40, 50 Jahren waren Maschinen einfacher, da waren Fahrzeuge auch deutlich simpler aufgebaut. Heutzutage haben wir ganz komplexe Systeme, ganz komplexe Produkte. Das heißt, sie entwickeln teilweise ja einzelne Komponenten, die in der Gesamtlösung halt aufgehen. Und das führt dazu, dass natürlich jetzt im Vornherein nicht sofort klar ist, was sie denn konkret anbieten, was denn so besonders an dem Bauteil oder an der Komponente oder an ihrer Lösung ist. Und dementsprechend ist es enorm wichtig, das nach außen zu kommunizieren. Es reicht nicht nur zu sagen, man ist in der Branche XY, man steht für das und das, man ist made in Germany, man ist schnell und günstig, sondern man muss nicht nur kommunizieren, für was man steht, sondern was man auch nicht macht. Denn das machen viele Unternehmen nicht, dann bekommt man halt viele Anfragen, einen Haufen davon und ist nur damit beschäftigt, die Leute einfach irgendwie abzulehnen, weil die nicht den Kriterien entsprechen oder vielleicht auch nicht den Bedarf am Angebot halt sehen. Und das ist das, was so meistens so ein bisschen untergeht. Das ist das, was einfach so ein großes Problem ist bei vielen Unternehmen. Und da kann auch öfter mal auch das Thema mit dem zweiten Geheimnis halt helfen, und zwar Bestandskunden mal abzuklappern, herauszufinden, wo sie denn dann aktuell stehen. Genau, und da merken wir auch, da lassen Unternehmen viel Potenzial auch weg. Warum? Weil Bestandskunden, sie haben ja meistens teilweise hunderte, tausende Kunden, die auch aktiv mit ihnen zusammenarbeiten und auch nicht alle in dem Fall regelmäßig mit Informationen auch versorgt werden. Zum Beispiel hatte ich letztens das Beispiel, dass einer unserer Kunden meinte, ja, wir haben zwar hunderte Bestandskunden, aber da wissen irgendwie nicht alle, was wir genau machen. Also da scheitert schon an der Positionierung, dass sie überhaupt den Bestandskunden vielleicht mal erklären, dass sie nicht nur Produkt X haben, sondern auch noch Y und Z anbieten können und vielleicht einen Full Service haben. Und zusätzlich kommt on top, dass die Bestandskunden ja eigentlich ja nicht Bestandskunden halt sind, weil es kann ja sein, dass ein Einkaufsleiter, ein Einkäufer oder ein Ingenieur mal bei ihnen halt gekauft hat, der ist dann gegangen und man ist halt irgendwie dort in der Lieferantenkartei halt drin geblieben. Das heißt, die Neuen wissen ja gar nicht, was sie denn halt dann bieten. Das heißt, sie haben die Situation, dass eigentlich die Bestandskunden fast schon wieder Neukunden sind. Und das haben wir schon bei einigen Unternehmen halt beobachtet, die eine sehr große Bestandskundenliste haben, die schon seit 20, 30 Jahren irgendwie existiert. Und das führt dazu, dass die vor 20, 30 Jahren mal bei ihnen was gekauft haben, aber heute gar nicht wissen, was sie denn konkret halt machen. Aber vielleicht noch einen zusätzlichen Punkt zum Thema Bestandskunden. Sie müssen verstehen, dass die Kunden, die sie heute haben, erstens aus anderen Gründen bei ihnen kaufen. Das heißt, es sind nicht die gleichen Argumente wie für Neukunden. Zweitens ist es halt so, dass die Bestandskunden, die sie auch haben, auch nur aus einem bestimmten Teich kommen. Das heißt, es kann sein, dass draußen nochmal ein größerer Teich ist mit Neukunden, die sie niemals anziehen, weil denen gar nicht klar ist, was sie denn halt anbieten. Wenn sie zum Beispiel ihre Bestandskunden fragen und herausfinden wollen, warum sie bei ihnen gekauft haben, dann kommen ja solche Sachen wie Zuverlässigkeit, Liefertreue, Qualität etc. Aber diese Argumente gelten nicht für Neukunden, weil Neukunden kaufen aus anderen Gründen. Die kaufen zum Beispiel aus, löst es mein Problem, ist es etwas, was ich mir vorstellen kann, passt der Preis und solche Sachen, aber im Sinne von, welchen Nutzen habe ich daraus? Und das ist das, was öfter mal falsch gemacht wird. Man nimmt halt die Bestandskunden als Beispiel, als Example und nutzt diese Argumente, was bei Neukunden nicht so zündet. Das ist etwas, was vielleicht Goldnuggets sie mitnehmen können, dass sie sich eher Gedanken machen müssen, Neukunden zu befragen, der gerade bei ihnen gekauft hat, was war sein Beweggrund, warum er denn bei ihnen halt Kunde geworden ist. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema zurück. Wir machen immer gerne so einen kleinen Balkon auf, damit sie auch so den Horizont auch erweitert bekommen. Klappern sie ihre Bestandskunden ab, weil öfter mal liegt da sehr viel Umsatzpotenzial einfach nur herum, wenn sie einfach mal dort mal Hallo sagen würden und mal fragen würden, wie der dann der aktuelle Stand ist. Das dritte Geheimnis wäre, das Thema einfach Neukundenakquise auszuschöpfen. Das bedeutet, dass sie die vertrieblichen Maßnahmen, die sie normalerweise fahren, sei es mit Messen, sei es über den Außendienst, sei es jetzt über neuerdings auch digitale Wege, einfach wirklich maximieren und nicht nur dann benutzen. Das ist ja vor allem der wichtigste Hintergrund dahinter. Wenn es nötig ist, das heißt, wenn die Auftragslage zurückgeht, dann eben in dem Fall Vollgas auf dem Vertrieb zu machen, sondern einfach konstant zu schauen, okay, wo kann ich denn regelmäßig potenzielle Neukunden abholen und diese dann auch fürs Unternehmen gewinnen. Also anders formuliert ist, also sparen Sie nicht an den Maßnahmen, die Sie da grundsätzlich brauchen, um Neukunden zu gewinnen, denn das wird Sie nachher noch teurer kosten oder das Ganze wird einfach exorbitant sein, weil Sie dementsprechend keine Aufträge halt gewinnen und Sie sollten da dementsprechend halt schauen, dass Sie auch weiterhin vielleicht die Messe besuchen, weiterhin den Außendienstmitarbeiter rausschicken, weiterhin auch vielleicht die Telefonakquise machen, wenn Sie den einen da machen, um dementsprechend immer mit den Kunden oder mit den Interessenten in Kontakt zu bleiben. Denn irgendetwas wird immer darum entstehen und irgendetwas wird als Auftrag dann bei Ihnen dann irgendwo in der Schublade halt landen, aber wenn Sie halt nichts machen, dann passiert auch einfach wirklich nichts. Das Dümmste, was man wirklich machen kann, ist in der Krise, in einer angespannten Situation, Marketing, Vertrieb runterzuschrauben, ja das ist dann halt eine Teufelsspirale, das geht dann immer weiter nach unten und unten bis dann gar nichts mehr läuft und dementsprechend sollten Sie halt schauen, dass Sie natürlich effizient mit Ihrem Budget umgehen, aber auch gleichzeitig immer noch in weitere Maßnahmen investieren. Und zu den weiteren Maßnahmen gehört es auch, zum anderen auch neue Wege zu etablieren und da werden wir auch beim vierten Geheimnis und zwar soziale Medien oder digitale Medien mit einzubauen. Warum ist das so wichtig? Ich habe schon mehrere Argumente mal in den letzten Videos oder in den Podcast-Folgen auch davor geliefert. Es kommt erstens keiner mehr daran vorbei, zweitens haben wir schon mit über hunderten Kunden bewiesen, dass es funktioniert. Dass man darüber systematisch mehr Kundenanfragen gewinnen kann als über konventionelle Wege. Dazu haben wir auch ein paar Fallstudien, Sie sehen da auch hinten so eine Broschüre im Hintergrund, die werde ich dann nachher nochmal verlinken. Da sehen Sie auch vier Fallstudien, wie man darüber tatsächlich auch Kundenanfragen gewinnen kann, selbst in konservativen, verkrusteten Branchen wie der Baubranche, der Windkraftindustrie und was es sonst noch alles so an unseren Branchen so in Deutschland und auch weltweit halt gibt. Und dementsprechend sollten Sie halt einfach nachvollziehen können, dass wir solche Sachen halt auch mit einbinden müssen. Denn diese Kanäle würden das Ganze jetzt nicht nur ersetzen, sondern vielleicht auch sinnvoll ergänzen, weil die Leute, die auf eine Messe gehen, sehen, dass sie auf Social Media unterwegs sind. Die Leute, die Sie dann auf Social Media wahrnehmen, sehen Sie dann auf der Messe und Sie haben dann dementsprechend die Möglichkeit, so eine gewisse Omnipräsenz zu schaffen, oder? Genau, also das bedeutet einfach zu verstehen, dass man jetzt auch digitale Wege auch nutzen kann und vor allem auch sollte für die nächsten Jahre, weil der Trend geht einfach in diese Richtung. Man merkt jetzt, dass die jungen Entscheider, die jetzt auch in die neuen Positionen kommen, sei es in der Geschäftsführung, sei es auch einfach aufsteigen als Einkaufsleiter, als Produktionsleiter, diese Leute sind tagtäglich einfach in den Social Media Plattformen auch zu finden. Und das wird es einfach in den nächsten Jahren immer stärker und normaler machen, eben über diese Plattform auch Aufträge zu gewinnen als mittelständisches Unternehmen. Und ja, da gibt es noch tausend weitere Argumente, aber wir wollen ja eigentlich beim eigentlichen Thema sein und Ihnen einfach nur so fünf Geheimnisse mitgeben. Da wäre ich auch beim fünften Punkt, was auch so wichtig ist bei Social Media und auch bei allen anderen Aspekten, die Sie kennen, ist halt so ein bisschen Konstanz mit reinzubringen. Das heißt, dass man konstant Vertrieb macht, konstant auf wöchentlicher Basis Bestandskunden abklappert. Also vielleicht können wir solche KPIs definieren, zu sagen, hey, pro Woche, muss jeder Vertriebler in irgendeiner Form 20 bis 30 Bestandskunden anrufen und herausfinden, was die aktuelle Lage ist. Oder jemand, der bei Ihnen vielleicht Telefonakquise macht, irgendwie in der Form eine KPI definieren, dass er irgendwie mehrere hundert Anrufe in der Woche halt meistert und danach geht, wie der aktuelle Stand bei Neukunden ist. Bis überhin dazu, dass Sie vielleicht immer noch die Messen halt planen oder auf Social Media, wenn Sie da dementsprechend schon unterwegs sind oder noch nicht, planen, regelmäßige Inhalte zu veröffentlichen, regelmäßig Kontakte zu knüpfen, Werbeanzeigen zu schalten, die konstant die ganze Zeit durchlaufen, weil öfter mal braucht vieles auch Zeit. Es reicht nicht nur einmal aufzutauchen, Sie müssen mehrmals bei Interessenten aufzutauchen. Also man sagt so sieben bis neun Kontaktpunkte braucht man so, um in irgendeiner Form im Gedächtnis zu bleiben. Und wenn Sie das berücksichtigen, und das sagen wir öfter mal, denn Konstanz geht immer über Brillanz, damit meinen wir nicht die Stadt am Bodensee, sondern der Form, wie Sie dann halt dementsprechend agieren sollten, führt es dazu, dass Sie dann langfristig gesehen, aus dieser Krise oder aus dieser herausfordernden Situation, weil bei uns gibt es ja nur Herausforderungen, keine Probleme, gestärkt hervorkommen und die Möglichkeit haben, auf eine gesteigerte Nachfrage, die dann irgendwann kommt, weil es immer weniger Player gibt, mit wenigen Angeboten, hervorragend zu wachsen und auch neue Mitarbeiter an sich zu binden, die dann vielleicht auch frei geworden sind, weil andere Mitbewerber oder andere Unternehmen nicht durch diese Situation halt durchkommen, weil sie nicht auf Marketing oder Vertrieb setzen und keine durchdachten Prozesse haben, um das konstant zu verfolgen. Für uns ist es auch wichtig, dass Sie die Hauptsache verstehen, jetzt auch in dem Fall nach unserem Gespräch, dass Sie regelmäßig auch den Vertrieb bespielen können. Also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ich knipse das einfach wie ein Lichtschalter ein und aus, wann ich will, sondern man muss es konstant einfach Tag für Tag auch machen und einfach sich Ziele setzen. Das heißt, wie der Robert gesagt hat, einfach zu sagen, ich rufe so und so viele Personen an, ich kontaktiere meine Bestandskunden, ich poste mindestens zweimal die Woche, dass man da einfach regelmäßig auch wirklich präsent ist auf diesen Neukunden und in dem Fall über diese Akquisewege auch sich zeigt. Die, die uns schon länger kennen und uns vielleicht schon auf dem Podcast verfolgt haben oder schon diverse andere Inhalte von uns konsumiert haben, merken halt, dass wir öfter mal ähnliche Sachen wiederholen, aber am Ende des Tages kommt es immer auf diese einfachen Prinzipien oder Regeln hinaus, die viele nicht berücksichtigen. Es ist auch einfacher gesagt als getan, aber das kann ich Ihnen halt sagen, das ist das, was erfolgreiche Unternehmen von weniger Erfolgreichen unterscheidet, weil wir sprechen halt mit hunderten, allein schon mit tausenden Personen in Erstgesprächen, mit hunderten in Beratungsgesprächen, die wir aus sich betreuen. Wir haben einen sehr guten Überblick über den Markt. Wir haben Unternehmen von zehn Mitarbeitern bis 1000 Mitarbeitern betreut, weltweit operierend oder auch nur in der DACH-Region und wir haben immer wieder die gleichen Prinzipien abgeleitet. Wir haben immer gemerkt, auch die, die in der Pandemie zum Beispiel damals unterwegs waren, die, die immer weiter erfolgreich Marketingvertrieb gemacht haben, sind immer weiter gewachsen, haben mehr Mitarbeiter dementsprechend eingestellt, haben ihre Umsätze gesteigert und das ist das, was wir als Muster erkannt haben und das ist das, was wir mitgeben möchten und wenn Sie wissen wollen, wie das so in der Praxis halt aussehen können, wir haben ja dementsprechend auch ein paar gute Beispiele hier dabei, das habe ich Ihnen schon mal verlinkt, unseren Report, die Broschüre, da finden Sie vier Kundenfallstudien, die während auch schwierigen Zeiten Kundenanfragen über Social Media gewonnen haben und da können Sie einfach mal schauen, was da alles möglich ist, da steht auch einiges auch über uns drin, den Report finden Sie natürlich auf unserer Website www.socialmedia-schwaben.de Dort können Sie auch zum einen, genau, wenn Sie jetzt schon weiter sind und sagen, wir wissen, wir möchten was machen in dem Social Media Bereich, wir schaffen es auch jetzt noch nicht alleine, dann können Sie einfach auf www.socialmedia-schwaben.de klicken, dort einfach auf den Button jetzt kostenlos Erstgespräch vereinbaren, da können Sie sich Ihren freien Zeitblock aussuchen und einer unserer Experten wird sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam herausfinden, wie wir das Thema digitale Kundengewinnung mit System bei Ihnen vorantreiben können. Also, wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder dieses Video, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen YouTube-Kanal abonnieren würden, wir werden in Zukunft sehr spannende Inhalte veröffentlichen, auch einige Kundenfallstudien, so dass Sie auch eine Vorstellung haben, was da alles möglich ist und dann freue ich mich, Sie in einem weiteren Video begrüßt dürfen, Ihr Robert Kirst, Ihr Arnes Kafka, bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017